Leute, herzlich willkommen aus meiner Moped-Muchte. Der Herbst ist da, aber ich glaube, wenn ich das Video fertig habe, ist schon wieder Sommer. Ha, es läuft alles völlig durcheinander. Ich habe Reifen bestellt, die kommen nicht rechtzeitig an. Jetzt habe ich einen Händler gefunden, der hat welche da. Der würde mir die sogar aufziehen, hat er mir angeboten. Da sage ich natürlich nicht, nee, nee. Jetzt muss aber natürlich alles auseinandergebaut werden. Äh, das Fahrzeug braucht Liebe. Es geht hier um das Fahrzeug hier hinten. Ölwechsel, ach, allerhand, muss noch gemacht werden. Am Wochenende geht es weit weg, da ist wieder einiges geplant. Ich hoffe, ich kriege bis dahin alles startklar. Es wird auf jeden Fall ein anderes Video, seid ihr gespannt. Viel Spaß und jetzt geht's los. Aber erstmal muss der Roller raus hier. Los, hau ab hier. Verschwinde. Verschwinde. Bis zum nächsten Mal. Ey, ich finde das nicht mehr lustig. Na endlich kommst du mir her und machst deinen scheiß Container hier leer. Seit Wochen sag ich dir das. Los an der Arbeit, zieh dich um. Ab in Radlader, los. Ja, ist okay. Das ist so eine Jacke, was der anhat. Das ist ein Container. Da hinten. Haben wir. Ja. 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 Na ja Oben ist oben. Das machen wir nochmal sauber. Alter! 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 Ja, ich glaube ja. Ja, ich glaube ja. Ja, ich glaube ja. Ja, ich glaube ja.